Videos steigern ihren Unternehmenserfolg. Warum das so ist, ist einfach zu erklären. Komplexe Sachverhalte lassen sich durch visuelle Darstellungen einfach und verständlich ausdrücken. Bewegte Inhalte werden vom menschlichen Gehirn schneller und besser verarbeitet. Deswegen bleiben Videos deutlich länger im Gedächtnis als Text oder Bilder. Das muss nicht heißen, dass die Video- und Contentproduktion hochprofessionell und teuer sein muss. Viel wichtiger ist die Botschaft des Videos. Das beste Video bringt nichts, wenn die Message nicht ankommt und der Kunde nicht emotional angesprochen wird. Was soll Ihr Kunde empfinden, nachdem er das Video gesehen hat? Und wie wollen Sie dem Kunden einen Mehrwert liefern? Wollen Sie eine Geschichte erzählen und damit Emotionen hervorrufen? Oder gibt es ein Produkt, einen komplexen Sachverhalt oder eine Dienstleistung, die Sie erklären wollen? Oder geht es einfach nur darum, Aufmerksamkeit zu bekommen und zu unterhalten? Es ist unglaublich wichtig, die Interessen der eigenen Zielgruppe zu kennen und sie authentisch anzusprechen. Denn ein schönes Video alleine bringt nichts, wenn es nicht gesehen wird. Wählen Sie die richtige Botschaft auf den richtigen Kanälen, damit Sie Ihre Zielgruppe auch wirklich erreichen können. LUNIC 2 – Sinn-Marketing-Macher Klapsch Klapsch